Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht uns weltweit abermals lächerlich. Denn er spricht sich hier ganz klar, ganz kritisch gegenüber dem Wetter. Speziell in Italien, in Rimini und auch auf Rhodos, auf der wunderschönen griechischen Insel, wo ich dieses Jahr im Urlaub war, aus. Wir analysieren die Situation, gucken uns das gemeinsam an. Dementsprechend jetzt ein Abo da lassen, wenn du neu bist. Und wir sehen das, die Bild hat das Ganze ganz gut hier minutiös ein bisschen aufbereitet. Wie es hier heißt, Klimakrise beim Gesundheitsminister. Italiener schreiben Wutbrief an Lauterbach. Und einige von euch werden das ja mitbekommen haben. Seit mehreren Wochen nun ist der Gesundheitsminister ziemlich besorgt und schürt wieder Panik, wie wir das aus C-Zeit ebenfalls kennen. Und wie falsch gelegen da wurde, sollte mittlerweile allen bewusst sein, dass jetzt aber wieder hier die nächste Panik gemacht wird. Dass hier dann auch noch ein Notfallplan für Extremhitze in Deutschland etabliert wurde. Leute, 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 können wir mal ruhig bleiben, ganz gemütlich und uns daran auch zurückerinnern, was wir für andere Sommer die letzten Jahre hatten? Beispielsweise hier, Studie zu Turbulenzen. Der Klimawandel macht das Fliegen ungemütlicher, hieß es hier am 5. Juli. Und wir sehen, wir sollen die ganze Zeit wieder in diesem Bereich, ja, sagen wir mal, aktiv bleiben, sodass uns das ein oder andere nicht gefällt. Es geht hier um den Punkt, der vergangene Montag war mit 17,01 Grad im weltweiten Durchschnitt der wärmste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung und schon bis zu 55% mehr Turbulenzen. Die Turbulenzen über den Nordatlantik haben von 1979 bis 2020 um 17 bis 55% zugenommen. Ist auch eine schöne Spanne, 17 bis 55%, ja, kann man halt nicht so genau messen, was auch immer. Ach Leute, wisst ihr, da kommen wieder solche zahlreichen Nachrichten und alles Mögliche dann wieder her und Kandidaten, angebliche Experten, die sich dann dazu äußern. Wir haben jetzt dieses Problem, wir haben jetzt jenes Problem und allen voran natürlich unser geliebter Gesundheitsminister, Herr Lauterbach. Nehmen wir erstmal diesen hier. Italien, Italiener schreiben Wutbrief an Lauterbach, heißt es da nämlich relativ aktuell in der Zeitung. In Rimini und auf Rodos kann man über seine Tweets nicht lachen. Und das ist nur nachvollziehbar, wenn man sich diesen Tweet, wenn er noch zu laden ist, die haben den aber ausgescreenshottet, genau, hier mal anguckt. Heute in Bologna, Italien eingetroffen. Jetzt geht es in die Toskana, die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht, werden die Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Und das finde ich interessant. Das würde ja zugleich bedeuten, dass wenn wir jetzt von Temperaturen 35, 40 Grad in Rimini und auch in anderen Ländern dort ausgehen, jetzt wird hier sogar von 48 Grad gesprochen, das ist schon warm, gar keine Frage. Was ist dann über die letzten Jahre hinweg mit Ägypten beispielsweise, mit Saudi-Arabien, Dubai beispielsweise und zahlreichen anderen Ländern, wo es so heiß ist, warum sind da auch Urlauber hingefahren, Herr Lauterbach? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Laut der Theorie dürfte da doch eigentlich gar keiner mehr im Urlaub sein. Oder Tunesien war ich auch mal. Da hatten wir auch 45, 50 Grad im Schatten gehabt. Das ist einige Jahre her. Im Schatten in der Sonne gehabt, sorry, so rum. Und dann sucht man sich das, wollte ich sagen, halt ein bisschen Schatten, nimmt sich ein kühles Getränk, ein kühles Wasser am besten und versucht, die Temperatur runterkommen zu lassen und geht bestimmt nicht joggen, macht sonstige große Aktivitäten. Aber das, was ja in Deutschland dann mit diesem Hitzeplan hier geplant ist, dass dann Veranstaltungen verboten werden, absolut irrational, aber zugleich arbeiten ist weiterhin erlaubt. Da gab es ja dann keine Verbotsplanung in diesem ersten Hitzeplan, der veröffentlicht wurde. Da fragt man sich dann allen Ernstes, soll das jetzt ernst sein, dass man eine Knochenarbeit beispielsweise im Tiefbau, im Straßenbau draußen noch machen soll und dann Steine schleppen soll und sonstiges? Also irgendwo passt das mal wieder alles hinten und vorne nicht zusammen. Und hier ist das Ding, welches gepostet wurde. Dann sehen wir nämlich das hier. Ministerwarnung aus den Ferien. Diesen Tweet schickt Lauterbach zum Waldbrandinferno of Rodders. Wer jetzt noch Klimawandel leugnet, leugnet nach wissenschaftlich allgemein, solche Bilder werden wir jetzt jeden Sommer erleben. Hoffentlich werden diese Bilder so traurig, wie sie sind. Der soziale Kipppunkt für Konsens im Klimaschutz. Klimaschutz ist wichtig für Parteipolitik, sagt er hier. Und das ist ganz interessant, denn die Feuerwehr auf Rodders, die weiß es tatsächlich wirklich besser. Da hat sich nämlich der Chef der Feuerwehr auf Rodders speziell geäußert und gesagt, ja Moment mal, aber hier geht es wahrscheinlich eher um Brandstiftung und eben nicht um eine Klimasituation, dass das Feuer dadurch entfacht ist. Und man muss auch bei Rodders da natürlich auch bedenken, das ist ja in Griechenland und überhaupt in den südlichen Ländern häufig so, dass am Straßenrand mal eine Flasche weggeworfen wird, eine Plastikflasche, hier eine Glasflasche und so weiter. Und wenn da eine Glasflasche liegt und je nachdem, wie die Sonne darauf scheint, kann die natürlich auch als Lupe fungieren. Und bei Plastik ist es dann bei der Entzündung natürlich auch womöglich unterstützend dabei. Und dann hast du natürlich bei diesem trockenen Wetter, keine Frage, und dem trockenen Boden ganz schnell mal ein kleines Feuerchen, was riesengroß wird. Und genau so, aber da kommt nochmal ein spezielles Video auch zu diesem Thema zu, speziell zu Rodders. Es ist halt häufig auch so in den letzten Jahren gewesen, dass die ein oder anderen einheimischen Besitzer gerne Bauland haben wollten. Ja, das ist keine, ja, weiß ich, Verschwörungstheorie wieder mal, sondern ja, so unter der Hand halt bekannt, was dann die Behörden auch versuchen zu ermitteln. So nach dem Motto, jetzt wird der Wald hier weggebrannt und danach hast du da ein neues Ferienparadies oder auch sonstige Anbauten oder ähnliches. Offiziell heißt es im griechischen Gesetz allerdings, das muss man der Verständlichkeit halber dazu sagen, dass wenn dort Wald niedergebrannt ist, der auch wieder renaturiert werden soll, ob und wie das eingehalten wird. Das steht aber natürlich auf einem ganz anderen Papier, ist ja die Realität an der Sache. Bei Rimini, nochmal darauf zurückzukommen, jetzt nach Italien, ins schöne Italien zu gehen, hier 40 Grad in Rom. Ja, sorry, aber ich kann mich meine Kindheit erinnern, da haben wir auch über solche Temperaturen gesprochen. Das war nichts Besonderes. Ja, und er wird nicht vervollgenommen von vielen, von vielen schon, wenn man sich die Like-Raten hier anguckt, 2000 Likes. Nein, das habe ich nicht geliked, das kann ich euch auch zeigen, das sieht ja schrecklich aus, als ob ich das geliked hätte. Na komm, Internet ist Neuland, wir wissen es, ne? Hier, ist nicht geliked worden von mir, weil das jetzt gerade hier so aussieht, weil das hier eingebettet ist. Das will ich mir nicht nachsagen lassen, sowas. Ja, es ist heiß in Italien im Hochsommer, niemand konnte das ahnen, witzelt ein Twitter-Fan. Keine Eisberge mehr in der Adria. Wie soll ich da bloß noch Urlaub machen, schreibt ein anderer. Aber interessant, darauf wollte ich auch noch kommen, hier, Italien-Ministerin Kontert Lauterbach, denn vor einigen Tagen bereits hatte er hier, nochmal der Tweet über seine Situation da gepostet, dass er jetzt da ist. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Ja, ja, das nennt sich halt Sonne und Sommer. Und die Tourismusministerin, Daniela Satantanche, weiß nicht, wie man es ausspricht, ich danke dem deutschen Gesundheitsminister dafür, dass er Italien als Reiseziel gewählt hat. Das bevorzugte Urlaubsziel seiner Landsleute war, ich war als Kind sehr viel in Italien, ich habe es geliebt, Gardasee, ah, ich werfe ab. Und natürlich freuen wir uns darauf, ihn auch in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen. Der Mann wird einfach nicht für voll genommen, aber man kann ihn auch nicht für voll nehmen, so leid es mir tut. Gut, manchmal hat man ja auch so ein bisschen Mitleid mit solchen Leuten, die wirklich so fanatisch in eine Richtung denken und alles. Und es ist doch einfach nur Quatsch. Es ist doch wirklich Unsinn. Nochmal, ich will hier nicht irgendwie was runterreden oder sonst was. Es gibt Leute, die haben bei 35 Grad Probleme, es gibt Leute, die haben das bei 50 Grad, es gibt Leute, die haben das vielleicht auch bei 30 Grad. Aber wenn man sich seinen eigenen Körper gut kennt, weiß, wie man mit so einer Situation der heißen Tage umgeht, dass man eben beispielsweise zur Mittagszeit nicht joggen geht, nicht große, anstrengende körperliche Arbeit verrichtet, dass man genug trinkt, dass man ein bisschen sich auch sonnenmäßig eincremt, also Sonnencreme und so weiter und so fort, dann sollte das Ganze doch für jeden überschaubar vom Risiko her sein. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal eure Meinung unten rein. Ist das sinnvoll, diese Panik zu verbreiten oder nicht? Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.